34 Zentimeter großer Nissei Gindrinsanke vom Züchter Sususei. Um Geschlecht kann man nicht ganz genau sagen, sieht man aber auch eher weiblich. Salat ist ein bisschen blass, ist rot wieder von der Innenhalterung, aber es wird definitiv wieder viel intensiver, wenn er wieder im Freien schwimmt. Das ist ein bisschen blass. 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 Vielen Dank.